und zwar habe ich mir einen neuen handy vertrag gegönnt mit 200 gb internet das ganze ist eine normale sim karte ein ganz normaler vertrag von congstar ich zeige euch mal das ganze dann gehen wir hier auf die offizielle webseite internet für zuhause homespot 200 den homespot 200 gibt es auch erst seit 2019 sprich 200 gb im monat highspeed mit maximal 50 mbit ist auch ultra schnell wie gesagt ich habe den vertrag ich habe das internet und ja kann ich auf jeden fall nur empfehlen könnt ihr entweder direkt in euer handy rein machen ganz normal nutzen oder ihr nehmt euch hier so einen mobilen router dazu und könnt im auto als wlan nutzen zu hause auf geschäftsreisen im hotel was auch immer wo auch immer kann ich auf jeden fall nur empfehlen ich wirklich schnell ich habe nebenbei noch auf meinem anderen handy natürlich einen auto free vertrag bin auch zufrieden ist aber definitiv nicht so schnell wie der vertrag hier ist auch zufällig gerade im angebot wie gesagt ich keine produktplatzierung oder so ich habe den vertrag mir selber geholt kostet gerade 45 statt 55 und könnt ihr entweder als vertrag für zwei jahre holen oder ohne laufzeit kann ich auf jeden fall nur empfehlen für alle handysüchtigen unter uns oder die einfach viel im internet streamen oder sich zu viele serien auf netflix reinziehen wenn euch das video gefallen hat dann lasst ein like da und abonniert den kanal folgt mir auf instagram und peace wie gesagt wenn euch das unfassbar schlechte video gefallen hat dann lasst ein like da folgt mir auf instagram und wir sehen uns im nächsten video bis zum nächsten video Bis zum nächsten Mal.